Also es war schon pulstreibend. Meine ersten beiden E-Bikes, jeweils das erste noch anderthalb Jahre, das zweite ein halbes Jahr gehalten hat, bis sie geklaut wurden. Das Unterhaltsamstübergang 6, das war das Dessert, da kam das Fahrrad dann nämlich zurück, von der Polizei gebracht. Also es war abends vor einem Restaurant. Das Restaurant hat eine Terrasse. Die Terrasse war gut besucht. Auf der anderen Straßenseite ist ein recht großes öffentliches Schwimmbad. Da sind viele Fahrradständer vor. An diesem Fahrradständer war das mit einem vernünftigen, keinem erstklassigen, aber einem vernünftigen Kettenschloss angeschlossen. Wie gesagt, die Besucherterrasse war voll. Also ich würde mal sagen, Distanz bis zum Fahrradständer 10 Meter. Und durch einen Zufall lag, ich war in dem Restaurant, durch einen Zufall drinnen, nicht auf der Terrasse, durch einen Zufall lag das Handy auf dem Tisch, weil ich gerade dem Nachbarn ein Foto gezeigt hatte. Und just in diesem Moment klingelte es und dann dachte ich, oh, ich gehe mal raus. Und was war nicht mehr da? Das Fahrrad. Erste Reaktion war, Polizei anzurufen, weil ich konnte auf dem Checker ja sehen, wo das Ding ist. War relativ naheliegend, dass derjenige in die Straßenbahn eingestiegen ist. Man konnte so die Haltestellen nachverfolgen. Ich habe die Polizei angerufen, habe denen gesagt, was Sache ist und habe dann gefragt, wie soll ich mich jetzt verhalten? Und die haben gesagt, bleiben Sie, wo Sie sind, wir kommen. Und die waren auch relativ schnell da. Die kamen, also eine normale Streife, waren zu dritt, sahen das auf dem Checker und irgendwann sahen sie, aha, es sind keine Punkte mehr. Also sprich, keine Straßenbahn mehr, sondern sehr oft ist derjenige, der hat die Straßenbahn verlassen, hat sie aufs Rad gesetzt und ist damit gefahren. Und konnte also wunderbar sehen, die Strecke, die er fuhr, woraufhin die dann die Zentrale angerufen haben. Und die Zentrale hat gesagt, sie sagen mal den Kollegen, der Rechtsrein ist vor Ort Bescheid. Nach einer Weile haben die beiden sich untereinander kurz geschlossen. Und dann wurde der andere Streifenwagen die regiert. Jetzt wird der links, jetzt wird der rechts, jetzt wird der links, jetzt wird der rechts. Und irgendwann wurde es auf der anderen Seite der Leitung laut. Und man war eigentlich relativ klar, okay. Sie haben ihn leider nicht bekommen, aber ich habe mein Fahrrad zurückbekommen. Und ab dem Punkt bin ich dann wieder ins Restaurant reingegangen und habe Gang 3, 4 und 5 gegessen. Das unterhaltsamste war Gang 6, das war das Dessert, da kam das Fahrrad dann nämlich zurück, von der Polizei gebracht.